Zecha Castella, bis jetzt gute Spiele, aber wenige tragen in der Juve League für die Ju19. Alle Gegner sind momentan gut platziert. Wie schaust du auf die bisherigen Spiele in der Juve League zurück? Ja, ich denke wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht bis heute. Schade, die Resultate waren nicht top. Wir haben nur gegen Aston Villa gewonnen, aber ich denke der Inhalt in jeder Spiel war interessant. Wir haben immer mit unserer Philosophie gespielt, das war sehr wichtig. Wir wollen attackieren, wir wollen nicht nur verteidigen, wir wollen kreieren und Torchancen. Schade, einige Mal war es sehr klapp, zum Beispiel gegen Shakhtar oder gegen Inter Milan. Wir haben nur mit einem Tor zu wenig verloren. Aber ich denke nur Barcelona war für mich die beste Mannschaft gegen uns und die andere Mannschaft, sie waren fast die gleiche. Du bist Ausbildungschef bei IBE, da in der Jugend. Wie sieht deine Rolle in der Juve League aus? Ja, ich muss die Spiele und die Spieler beobachten. Das war meine Rolle. Wir wollen, das ist eine sehr gute Kompetition für diese Spieler bewerten. Es ist sehr wichtig, was können wir verbessern. Die Mannschaft, die Spieler natürlich und auch für Trainer. Es ist nicht nur für Spieler, es ist auch für Trainer. Das ist eine sehr hohe Kompetition. Und wir können jedes Spiel lernen, jedes Spiel wir erfahren, nehmen mit. Ich denke, es ist sehr gut für Spieler und Trainer und natürlich für uns auch. Nun steht das letzte Heimspiel der Juve League an, gegen Atalanta Bergamo. Der Modus ist hier etwas anders als bei der ersten Mannschaft. Kannst du das erklären? Ja, wir spielen nur sechs Spiele. Wir spielen nicht gegen Roten Stern und gegen Celtic. Aber die ersten 22 Mannschaften sind qualifiziert für die zweite Runde. Natürlich ist für uns, morgen ist sehr wichtig. Wir müssen unbedingt drei Punkte holen. Was sind die Erwartungen für morgen? Ja, wir spielen nicht mehr für gewinnen. Das ist unsere Philosophie. Wir sind Wettkampfer. Wir wollen unbedingt alles machen für den Sieg. Und natürlich ist es sehr interessant gegen eine italienische Mannschaft, mit ihrem Metier auf dem Platz. Und es ist taktisch. Es ist sehr interessant, wenn eine Mannschaft wird. Atalanta spielt Mann gegen Mann, den ganzen Platz, die erste Mannschaft. Es ist sehr interessant, auch ein taktischer Bereich für unsere Jungen. Wir hoffen natürlich auf Unterstützung für unsere U19. Wann und wo kann man dieses Spiel schauen? Wir spielen morgen, 14 Uhr, in Willer. Danke, Willmann und hopp über. Hopp über.